hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren minikrieg season mit dem mysterium hallo jetzt starten wir ein neues wir probieren es doch mal ja sind aber weit gekommen beim letzten mal hier wieder das beste team uns überrascht hat einer der besten teams wir sind natürlich das beste team ja ja wir sind an der ball ich dachte dass ich nehme die andere ich auch noch nie warte ist das sogar noch nie gucken wie weit wir jetzt erstmal holz neck aber warte hier ist die barry dps gehen nicht runter noch nicht ja wenn wir zu wissen was eingestellt bin mal gespannt aber heute sind wir auch ein paar weniger spieler könnte auch daran liegen mal gucken oh es baut direkt ab nice noch ja jetzt direkt steinwerkzeuge einfach machen dann gehen wir weiter können auch gerne pilze mitnehmen aber ich weiß nicht ob wir die brauchen unbedingt aber ein paar können wir immer mitnehmen schaden tut es nicht steinwerkzeuge einfach steinwerkzeuge einfach weiter da ist der körper ich will das noch volle setz gern machen uns beide also ich teils geben das ist ein paar pilze mitnehmen lässt es mal gucken ob wir leder und so noch finden daisys da hast du eine sternenspitzhacke ja gut weil ich habe zwei gecraftet ok lass weiter erstmal noch ein bisschen hier abbauen nimm die werkbank mit oder auch kostbar noch ein bisschen holz ist gut dann haben wir dann braune pilze auch warte ich habe jetzt drei rote ja hier sind keine braune ja deswegen zoomen wir jetzt wir können schicken nimmst 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 Aber ja, mal Sirach kann man ja machen. Äh, ist da irgendwo ein Brauner? Ne. Ja, hier vorne, hier vorne. Aber Braun findet man ja sonst, achso. Aber Brauner wird man ja sonst auch links hin. Alter, was ist das hier für ein Bereich? Ich gucke mal, ob hier irgendwo Eisen ist oder so. Kohle ist hier zumindest. Eigentlich müssten die Spiele relativ weit auseinander sein. Ja. Eigentlich. Gegen der Spielanzahl. Uff, da hat sich jemand zu spät eingeloggt. Ah. Ja. Wo bist du? Bin hier oben drauf. Komm mal direkt. Pilze hast du, ne? Äh, ja. 9 und 12. Lass mal auf die freie Fläche gehen gucken, ob wir hier... Daisies sind da unten. Müssen noch Leder finden. Schafe, Schweine schon mal. Gut. Hörbisse. Hier ist ein Sumpfbiom. Nice. Nicht unwahrscheinlich, dass wir hier was finden. Aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass hier jemand ist. Äh, das ist auch, wir sind schon relativ weit von unseren Spawn weggelaufen. Da waren gerade die Daisies noch mit hier. Ja. Wie viele Pilze hast du? Äh, 9 und 12. 9 rote und 12 rote Frauen. Ja, richtig. Nicht erreichen. Oh, so Noah hat... Oh. Oh. Und Carsten. War ja mit Carsten zusammen. Das ist Carsten schon tot, ne? Das ist Zuckerrohr. Äh, Carsten hat 7 Herzen. Uff. Als ob Carsten instant stirte. Also... Frozen Noah hat... Äh, äh, er hat 9 Herzen. Ich habe ja gar keinen... Damage gemacht an ihn. Ja. Ja. Äh... Ja, mal gucken. Vielleicht, äh, wird Carsten gerade gejagt. Stimmt. Weil er muss ja 2 Spieler tüten, ne? Für Tränke. Das wäre jetzt schon krass, wenn er jetzt am Anfang schon Tränke hat, Alter. Warte, fuck. Okay, äh, warte, wo bist du? Bin bei dir. Na ja. Sehr gut. Hier, Hühnchen für Pfeile. Ja. Aber wir brauchen nur den Leder, dann würde ich sagen, gehen wir auch runter, wenn wir Leder haben. Ja. Einfach hier ein bisschen... Ja. Gehen. Du hast mich noch im Auge? Äh, nee. Okay, äh, 630 und 100. Koordinaten. Äh, 630. Ja. Hier ist ne Kuh. Aber ich geh da noch nicht rüber. Was, 630 und was? 100. 100, uff. Ja. Achso, okay. Ja, hier vorn. Vorne ist ne Kuh, aber da bin ich noch nicht hingegangen. Die Frage ist, wollen wir jetzt ähm... Äpfel farmen, oder direkt runter und das später machen? Das war die Frage, ne? Also... Ich würde eigentlich sagen, dass wir diesmal nicht Äpfel farmen wie beim letzten Mal, weil wir sind jetzt ja weniger. Deswegen haben wir im Umkehrschluss mehr Zeit später, um nicht aufgedeckt zu werden und safe Äpfel farmen zu können. Ja. Ja, die Chance lower. Okay, dann gehen wir runter. Nö, hast du genug Leder? Äh, ich habe fünf Stück. Ach so, ja okay, ich habe Zuckerrohr, sonst brauchen wir eigentlich... Ich habe 21. Ich habe fünf Daisies erstmal. Ja, direkt ein Zombie. Uff, hab ich mich gerade erschrocken, weil ich nicht auf beiden Blöcken stand. Oh. Ja, das ist halt schief liegen. Ja, aber es war was hinter mir. Oh. Ist dann so ein kleines Loch gefallen. Ja, aber ich will zerstören. Baust du eigentlich oben zu? Ja. Okay. Ja. Ja, ich will auf. Ja, ich will auf. es wird lauter das ist ziemlich nah deswegen muss es jetzt aber auch runter bis hin nur hier kommen könnte es irgendwie ja ich glaube nicht hier neben deinem dinge ist runter weil ich sonst in der hülle bin jetzt runter haben wir direkt hin was für den tps so sie sind stabil richtig ja da war dann dauert die season nicht so lange das ist halt stimmt wird das vielleicht dann sind nicht so viele für die uns ja das war schön weil das war beim letzten mal vertrieben bis wir uns jetzt halt noch krasser ball soll ich tue mir das also noch eine weil wir uns jetzt zu weinen müssen weiß ich nicht ja jetzt haben wir halt weniger zeit weil sie nicht mehr so lecken ja aber die anderen haben es ja auch weniger kannst du gleich mal ein bisschen esen braten jo habe ich alles reingetragen muss das schon essen reingehen essen noch nicht wasser 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 mal direkt ganz machen auf jeden fall erst mal schilder bevor wir etwas machen bevor wir etwas machen ja alles gut dann schilder achso ich werfte das hier hin nach vorne am eingang guck ich mal wo wasser ist man muss irgendwo oben sein hier oben ist reisen zombies und sowas hier ist ein größeres höhlensystem die frage ob wir reiten möchten weiß ich nicht reisen finden wir auch eigentlich so und das ist immer noch drin ich dachte das wäre was einmaliges wie was meinst du mit diesen comments wie das hat als erstes die jahre abgebaut so ist anscheinend nicht daraus genommen dauerhaft zu sein so ich habe jetzt erst mal so grob zugebaut gut hier ist eine höhle die weiterführt so irgendwas ja ich mache gerade noch ein bisschen fleisch hast du ein wasser immer ja dann kannst du hier den aber sie überbrücken na warte schön oh gerade kurzes esen nicht dass ich gleich noch ein wasser dann noch ein wasser einmal karsten scheint überlebt zu haben ne ja sieben herzen hat er ok ich komme kann man lapis mit steinspitzer karten ich glaube schon ja nehme ich das hier noch mit oh hier ist ein cave glaube ich oder? guck mal ahja hier ist ein cave nice ich möchte aber so langsam essen weil es geht ziemlich schnell runter wegen der tbs ne ja jetzt macht alles einen sinn die tbs ist dafür verantwortlich alles ja kann man schneller regen schön ah deswegen habe ich so langsam immer bei suppen regeneriert hier ja zumindest am anfang ne nachher macht das ja gar keinen unterschied ne ja ja aber jetzt so gerade am anfang ist das schon bemerkbar weil die tbs ist sogar auf 20 aktuell ist wieder komplett stabil ich habe nur noch 4 hungerbalken ja warte ich habe da was in den ofen sonst muss ein stück zurück kommen ich guck grad wegen der dabei ne mhm scott eisen guck mal ob hier noch was cooles ist ok scheint auch ein größeres höllsystem zu sein doch nicht also entweder das sieht aus wie dias oder das ist gold ja hier scheint eine relativ große höhle zu sein aber ich schwere jetzt auch nicht dias das sind dias fuck ah ich sehe gerade nur einen aufgold wenn ich jetzt noch zurück ich weiß nicht ich glaube ich schaffe es nicht hier ist sogar eisen ja ich komme gleich irgendwie zu dir ja gut aber nicht verhungern ne ja deswegen mache ich mir jetzt einen ofen und das brate hast du selber noch essen äh ja ein frohes hammelfleisch und vier rindfleisch ok was man jetzt halt krass merkt dass das braten halt schneller geht ja weil das äh hat richtig krass beeinflusst aber gerade ist am anfang da musstest du so viele öfen machen alter damit du erstmal so relativ gut braten kannst da haben wir vielleicht auch so eine strategie ne äh 16 kabelston ich muss gerade steine abbauen damit ich öfen machen kann was hier zu ziehen ein skelett ich baue das hier mal zu ich hab eins so komm jetzt mal zu dir sonst hab ich dich gleich komplett irgendwie verloren hm so das ist der eingang gewesen oder ja kann hier ungefähr die koordinaten sagen wie viele dias hast du eigentlich gefunden einen uff wow beim spawn sind dias ne im spawn äh hast du gesehen ich hab sogar noch die karts obwohl er diese hab ich nicht gesehen warum sind denn dias keine ahnung also äh unten in der höhle beim spawn hast du nicht gesehen ach so ist du da nicht hingegangen kann man da nach unten ja da konnte man komplett unten da waren äh dias ja jetzt hab ich aber dias nice ich seh deinen namen sogar noch ok gut man braucht gar nichts zu sagen hör mal auf zu sneaken ne gar nicht ja ich hab ihn noch nie gesehen oder was ne einbildung das sind 3 dias alter das sind jetzt fehlt nur noch einer ja wow ah folgende ende ja auch vielen dank zu sehen bis sie uns in der nächsten folge ciao 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 ciao